So Leute, Bubba Boys und Bear Cup. Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir meinen Bruder pranken und zwar bei unserem Wrestling Match relativ am Ende macht er noch einen Trackhammer bei mir und wir wollen so tun, als ob er mir irgendwas gebrochen hat. Ich war jetzt richtig mies, weil er schon mal was gebrochen hat. Ich hoffe, er wird es glauben. Und ja, wir sehen es, wie es ausgeht. Ja, viel Spaß. Oh mein Gott. Du kannst es sehen. Komm raus. Big Bear ist hier raus. Komm raus. Komm raus. Oh nein. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Was ist? Alter, wenn der jetzt nicht mehr weitermachen kann. Mangel. Scheiße. Mangel. Mangel. Wo tut es weh? Lass mal kurz deine Hand weg. So. Bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Bleib mal ganz ruhig, okay? Versuch ruhig zu sein. 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 Versuch dich zu sein, okay? Ah. Oh man sieht es nicht. Ah. Ganz ruhig. Die doch versteckte Kamera. Nein, lass es, lass es mal auf. Du wurdest gepackt. Die Kamera läuft noch. Mangel, löst doch auf. Ich hab grad schon den Frank aufgenommen. Sag doch was. Ja, haben wir doch. Haben wir doch. Die Frank ist doch. Junge, Alter. Und der Oster geht an! Ich schwör, das ist nicht witzig! Ich hab's mir schon gesagt, er wird so... Leute, wir haben ihn voll errichtet! Ich schwör, das ist nicht witzig! Nein, das ist nicht witzig! Ich schwör, ich dachte, ich hab dir gerade wieder irgendwas gebrochen! Nein, Junge, das ist nicht witzig! Okay, mach mir nochmal! Nein! Hör auf, Mann! Okay, ich mach das nicht mehr! Wir wollen uns da einmal sehen, wie du reagierst! Alles auf Kamera, die Kamera läuft! Willst du noch was sagen? Nee, Mann, das war nicht witzig! Hör auf! Du kannst schwitzen! Ich nicht! Aber ey, das war nicht witzig! Jetzt, wir können... Hör auf, ich fand das nicht witzig! Ich hab den schon mal drei Sachen gebrochen! Ja, Leute, das war's mit dem Prank! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Er hat gelacht, obwohl er es nicht lustig fand! Wir fanden es relativ lustig, oder, Jungs? Er hat es einfach geschnitzt! Er hat es einfach geschnitzt! Er hat es einfach geschnitzt! Für alle, die jetzt sagen, oh, mach dir irgendwas, und dann glaubt es dir nicht! Ich hab ihm versprochen, dass ich das nicht mehr mache! Damit, also wenn wirklich was passiert, erst mal das nächste Mal genau! Und, ja, wenn's euch gefallen hat, der kleine Prank, lasst den Daumen nach oben da! Und, bis zum nächsten Mal! Okay!